hallo 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 und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play together mit eurem sony styles gaming und euer mh26 10995 fast falsch gesagt scheiß ja erst mal reingehen jetzt bestehen wir leise wie die sau wir fahren heute nach also ich fahre heute nach bakersfield der toby fährt weiter nach barstow er wird kabel rollen und ich habe container und mussten nur in barstow abladen bitumen ja so da ja fahren wir jetzt mal gemütlich hin ich war vorne weg weil ich habe die kürzere strecke okay und fahr dem toby dann bis zum ende leer hinterher es sei dem ich finde noch was und 315 meilen habe ich richtig ich bin geblieben war ich war noch bin ich auch zurück auch wenn ich nicht spielen bin ich hängen geblieben so wir müssen links raus geld ja du affe du siehst doch ja muss gar zu rupe du schwach kopf all das sind wir die größten mongolen wieder unterwegs ich bin hinter dir so bis hinter mir ja ab geht's ja luci und ich hoffe sie nicht wieder so mongos wie der da vorne wo ganz links fahrt statt dresst ne ja lauf bei ihm so 30 stücken wir hier fahren ja da vorne müssen wir dann rechts jub ich habe ein bisschen kürzere fahrt wie ich ne ja so vergesse den rechten rückspiegel anzumachen so ich blick mal früher nicht dass der affe mir hinter rein fährt wenn du um die kurve fährst darf man 55 fahren ich bin ich bin echt mal gespannt ich bin zwar jetzt mit dem anderen bin ich level 4 mit dem andere wo sie nach las vegas gefahren bin auch ziemlich lahmarschig wie man sieht aber ich glaube ab level 8 oder welches level kriegst du einen neuen motor weiß ich nicht verschieden wo bist du ich habe 45 grad und ich hatte aber ruhig fahren also ist wenn du wenn ich es auf der karte sehe dann ist es okay bis meine auf 55 jetzt ist er jetzt auf 55 kann ich ja muss man vorne links abbiegen ja auf den highway da wo ich letztes mal gefahren bin wo du nicht konntest da bin ich irgendwo in der wüste gefahren in der nevada ich bin es mal komplett abprobierst warte mal kurz ja jetzt machst du hast ich grad geschaltet berg runter fahrt meiner schnelle aber berg hoch kannst du vergessen das schlechte schleißt halber hoch ich glaube der hat nicht so viel ps der wo es hab so mein handy bimmelt bimmelt ja vibriert zwar jetzt aber ich mir jetzt gerade egal muss mich auf die straße konzentrieren ich bin gleich da ja dann lade ich schnell bei mir kurz ab okay und dann fahr ich weiter beziehungsweise du kannst ja hinterher fahren und äh also du fährst dann vorne weg aber du fährst jetzt hinterher in die stadt mit zu mir ja am besten stehe ich irgendwo ich bin viel zu schnell weil man darf hier nur 55 fahren ich bin ja ich bin ja erst bei knapp ja 49 in den 59 äh 54 bin ich nebenbei 55 meiner braucht ewig bis er beschleunigt hatte so jetzt habe ich mein navi eingestellt 99 galonen das langt locker noch für 74 mal was machst du morgen so also ich werde vielleicht wenn ich wenn ich es schaffe aber ich glaube es wird morgen schon aufnehmen ich weiß nicht also laut unserem wetterbericht soll es morgen schlechtes wetter werden bei uns auch hier wenn gutes wetter ist dann denke ich mal werden wir spazieren gehen werde ich glaube auch machen oder ich gehe auf den schönen berg hoch und äh am montag wollte ich mit meinem modellauto fahren ach so war ich ja das ding ne modellfahrer so darf man jetzt eigentlich nicht aber ich würde mal wissen wie das wetter morgen ist kann ich mal kurz gucken fahren und gleichzeitig aufs handy gucken ne da darf man ja nicht aber sie ist ja die ganze lkw fahrer handy am ohr und so ne so morgen wird es bei uns warte mal äh 12 grad und bei euch da drüben wird es auch 12 grad du hast was auf linke spur ja bei euch wird es auch 12 grad morgen da müssen wir jetzt hoch abfahren also hoch abfahren genau sind jetzt abfahren ja ich habe jetzt schnell überholt so äh morgen gibt es bei euch auch 13 14 grad ne ja aber regen bist du hinter mir ja meiner kommt nicht aus dem arsch oooohh gib gas alter buckel anfahre ich nicht so mein fall ey ich musste ich musste fast die handbremse benutzen ne dass ich anfahre kann ok jawoll schöne geräusche im hintergrund hoch es ruckelt ja meine freundin isst popcorn ja mal hört's hier so 30 oh ich war wieder hier viel zu schnell ey 30 natürlich was mach ich da keine ahnung du sollst auf die straße fahren seit wann ist ein busch eine mauer ich fahr mal grad aus ne ja grad aus weiter das war wieder sehr profihaft von mir ich probierst du musst da vorne zu diesem v fahren da muss ich abladen ok immer weiter geradeaus ne ja da vorne rechts dann da vorne rechts hier an der ampel rechts ja ok da wo das v ist du wirst na 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 can stop na 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 das ist bestimmt hier dann ne sorter stopp ich muss hier rein bleib und stell dich an der seite streif ich muss hier abladen ok es kehrt an der stell um ne das stehe voll blöder kann man hier drehen ne das ist zu klein jetzt mach ich was was man normalerweise nicht machen darf wie immer ja umdrehen also liebe kindern liebe abonnenten bitte nicht nachmachen so t abkoppeln 100 liter verbraucht was 2,5 schaden egal so fahren ich markiere jetzt nochmal schnell äh ich hab hier bastow ja ich hab grad umgekehrt dann bitumen und dann äh ich hab jetzt zwar eine strafe von 23 dollar jetzt gezahlt aber ist mir egal ne ok so tobias warte mal einen moment ja ich rolle du fährst voll raus fahr voraus ja fahr einfach weiter ach du nicht bremse ne ja ah ja kann ja was geben ist grün sind auch nur noch 96 meilen bei dir gell mhm geht ja eigentlich warte mal ah ja sind wir einig hab ja gesagt das ist schnittweit ja ich fahr wieder zu schnell ich weiß kreis schmalen ich glaube ich kurz mal abbremse so so jetzt so jetzt so linke spur ja man kann ja schlecht rechts fahren hm ja so jetzt nochmal wieder beschleunigen ey der kommt nicht in ist die potte muss ich halber schieben Mike schiebt mal bitte huch hab's grad gemerkt hä was war jetzt äh bitte hab ich grad geleckt ne alles gut hätte ich auch einmal stehen geblieben dermaßen ja ich hab abgebremst weil du google das wissen ok halt bis abstand 40 fahren ja tempomat halt bisschen abstand nicht dass ich wieder leck hab und du fährst mit dein LKW hier voll hinter rein hoch oder fehlfunktion habe ich eh schon da steht mal so ein mongolen mittel auf dem auf der seiten läuft bei dir auf der seiten läuft bei dir auf der seiten läuft bei dir äh hast du auf dem server auch so viel geld wie im ETS alter wie wird schlecht ne ich hab nur 19.000 dollar ja da kommt nochmal einer entgegen ne moment ich muss rangieren ja fahr weiter Tobias ja also ich krieg dich ja eh noch ah da stehen Strohbalken tun einfach mal über die straße rollen ich hab's grad gesehen boah alter ich bin so froh fährt ey ohne witz bin ich froh wenn ich einen starken Motor hab ey ich komm fast den Buckel nicht hoch Achtung da kommt der Mongo mit Auto du hab's gesehen ja zwei Mongos da sind zwei da steht einer und macht Pipi Pause Struller Pause Vespa Pause vollstehne ineinander WTF Alter ich komm nicht in die Pusche ich geb schon voll Gas das ist echt da hast du 55 naja ich ich hab ganz durchgehend grads Gas drauf das Ding hat eh nicht viel PS Achtung Auto Fahrzeug danach werde ich dann tanken oder keine Ahnung da werde ich glaube ich auch einen Film angucken weil mein PC ist sowieso jetzt erstmal beschäftigt mit Rändern und mache so wie viele Meilen muss man denn noch fahren ey 50 Minuten noch 1,3 Meile noch Mike Ey ich komm nicht in die Puschen 45 Meilen Achtung Fahrzeug nochmal Fahrzeug ey ey ich muss da ganz vorne links hast du ja auch ne ja ok ich bremse immer ab weil ich hab nie Ahnung wie die Kurve ist Oh leckt er leckt ein Achtung Alter hab ja gesagt er leckt der hat noch ein schlechteres Internet wie ich oh alter ich komm nicht aus den Puschen alter mit knapp 36 Meilen Hochdruckern ey ich geh jetzt auch mal tanken ey gute Idee ich tanke erstmal dann können wir weiterfahren naja ey ey nicht schieben kann er weiterfahren bist du eigentlich schnell fahr weiter ja alter die Sonnenstrahlen sind so extrem bin sowieso gleich da aber ich wollte sowieso vorher was ich hab so einen kleinen Tank 715 Meilen ok mit dem Anderer hab ich um einiges mehr da hab ich fast irgendwas mit 900 Meilen ne oh alter scheiße dumme Abfahrt rechts dann geradeaus dann links dann geradeaus mhm ich bleib bei der Werkstatt stehen fahr weiter gell ja jo weil ich weiß das sowieso hab ja zwei Spielstände Multiplayer ja so ich fahr 30 ne genau 30 wenn ich mich überhole hast du eigentlich auch so einen schwachen Motor wie ich oder ich komm fast den Buckel nicht hoch da kannst du ja abspeisen wenn du willst ich muss noch mindestens eine eine Strecke weiter fahren ja du speisierst dann auch in der Werkstatt oder ja gut gut ok und fahren so so So, Alter, ist der Verkehr. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Sony Styles Gaming und euer MH261095. Gute.